Ja, dann kommen wir auch zum nächsten Vortrag, wo es auch einiges zu sehen gibt, wo es auch hands-on wird. Also der Lukas, der ja auch schon hier zu sehen ist, hat sich auch mal Hobbit geschnappt, hat sich Neo4j geschnappt und dann versucht mit beiden Werkzeugen die Virenzusammenhänge, würde ich das mal in der Serie Dark zu analysieren und die Ergebnisse, die sehen wir jetzt eben entsprechend in seinem Vortrag. Lukas, freue ich mich drauf. Vielen Dank Stefan, auch vielen Dank Philipp. Ja, danke an alles, was ich schon hören durfte. Ich habe heute auch schon viel gelernt. Ich möchte beginnen heute mit meinem Vortrag, mit einer kleinen Introduction. Ich muss erst mal meinen Bildschirm mir freigeben, erst mal die richtige Umgebung wählen und dann geht es schon los. Ich hoffe, man hört mich gut. Ja, Dark, es wurde schon angekündigt. Ich will heute ein bisschen über die Netflix-Serie Dark sprechen und zwar nur aus einem Grund, weil das ein sehr gutes Beispiel für Graphdaten ist, mit dem man sehr einfach visualisieren kann, was da die Challenges sind. Ich habe vor einigen Monaten hatte ich die Challenge, als ich die dritte Staffel geschaut habe und festgestellt habe, das ist sehr kompliziert, weil die Menschen dort in dieser Serie Reisen durch die Zeit immer in 33 Jahren Schritten und werden sie durch die Zeit reisen, heiraten sie, bekommen Kinder und dadurch ergeben sich sehr, sehr komplexe Familienzusammenhänge. Und die zu verstehen war für mich eine sehr hohe Challenge beim Zugucken. Und als alter Data Engineer kommt man natürlich dann da direkt auf die Idee, naja, ich baue vielleicht mal was in Neo4j und dann gucke ich mir die Thematik an und dann verstehe ich es vielleicht auch besser. Und so ist eben dieses Beispiel auch entstanden, wie man diese Serie verstehen kann. Sie müssen jetzt nicht großartig die Details hier verstehen, sondern es geht einfach darum, da sind viele Personen, die sind auf bestimmte Art miteinander verwandt und wir schauen uns jetzt erst mal an, wie kann ich so ein Geflecht analysieren, wie kann ich es in eine Datenbank bringen und nachher gucken wir uns an, wie kann ich das Ganze mit Hopp machen und was bringt Hopp mir da in der Arbeit, in der Zusammenarbeit und insbesondere in der Datenintegration mit Neo4j. Schauen wir uns mal ganz kurz das Dark Dataset an und wie praktisch solche Queries auf der Neo4j Datenbank aussehen. Also wer Neo4j noch nie gehört hat, Neo4j ist im Prinzip einfach eine Property Graph Datenbank. Das heißt, ich habe verschiedene Knoten und diese Knoten stehen in Beziehung zueinander. Diese Knoten werden, also die Knoten für unser Beispiel, das sind alle Knoten, sind praktisch eine Person, zum Beispiel der Jonas, der Mikkel, die Hannah, der Ulrich und so weiter, das sind alles Personen und diese Personen haben dann noch bestimmte Eigenschaften, also Properties, deswegen heißt das Ganze auch Property Graph, weil alle Knoten und alle Relationships, also alle Beziehungen zwischen den Knoten, können beliebig viele Eigenschaften haben. Und wir sehen hier schon, wir haben praktisch die Personen, die in verschiedenen Zeiträumen geboren sind, 2019, 1986, 1953 und 1920. Und diese Personen stehen jetzt in Beziehung zueinander, einmal durch, wir haben hier unten, wir haben Parent-Beziehungen, also wer sind die Eltern von einer Person? und wir haben Hochzeitsbeziehungen, also wer ist verheiratet und wer sind zum Beispiel Geschwister? Das sind so die klassischen Beziehungen, die man zwischen Menschen so haben kann. Wir sehen schon, das ist sehr handgeschrieben, das ist in dem Fall geschuldet, dass ich diese Daten produziert habe, das heißt, die kamen nicht aus einem anderen System, ich konnte die hier so raw definieren, um somit diesen Datensatz in die Neo4j zu bringen. Schauen wir mal in die Neo4j-Datenbank rein. Wir sehen schon, wir haben hier das Dark-Dataset schon geladen, also ich muss praktisch nur dieses Skript ausführen, das ich gerade gezeigt habe und bekomme dann meine Datensätze in die Datenbank. Da sehen wir jetzt die ganzen Personen, die sich hier in dieser Serie aufhalten, zum Beispiel, gehen wir mal von dem Hauptcharakter aus, der Jonas Kahnwald, von wem er der Vater ist, wer sein Vater ist, wer seine Mutter ist, die sind zum Beispiel verheiratet, das sind die Eltern von dem Jonas. Wir können jetzt hier schon, allein diese Sicht öffnet wahrscheinlich schon vielen Menschen die Augen darüber, was in dieser Serie eigentlich passiert, weil wir sehen schon, die Beziehungen sind sehr, sehr komplex und auch sehr unintuitiv, weil es hier eben vorkommen kann. Das können wir mal hier sehen zum Beispiel, dass die Charlotte und die Elisabeth, die sind jeweils die Mutter voneinander, was natürlich in der normalen Welt nicht vorkommt. Und in dem Fall kommt es vor und deshalb ist es sehr angenehm, so eine Graph-Visualisierung zu haben. Wenn wir jetzt zum Beispiel spezifischere Fragen stellen wollen, können wir hier anfangen und hergehen und zum Beispiel fragen, wer ist eigentlich sein eigener Ur-Ur-Großvater, weil das passiert tatsächlich und es gibt einen Kreis an Personen, den können wir jetzt hier raussuchen. Wir sagen praktisch, gib mir die Person, die zwei Beziehungen, zwei Parent-Beziehungen bis zu einer anderen Person hat praktisch, also das Grandchild. Und wir wollen auch gleichzeitig wissen, in dem Fall ist dann der Grandpa praktisch später geboren, also das Geburtsdatum ist größer als das von seinem Grandchild, also in einem späteren Jahr geboren, also der Großvater ist eigentlich jünger. Wenn wir das ausführen, dann bekommen wir eben, na, das hat jetzt nicht funktioniert, einen Moment. Ah, doch, 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 das hat funktioniert. Genau, ich habe es ein bisschen falsch beschrieben. Also, wir wollen wissen, wo der Opa, wo der Opa jünger ist als das Grandchild eben, also das Enkelkind und da sehen wir jetzt eben hier diese Beziehungen, zum Beispiel diese Cilia Tiedemann ist 2019 geboren und ihr Enkel, die Charlotte, ist eben 1986 geboren. Wir können jetzt hier praktisch komplexe Beziehungen zwischen diesen Personen auflösen. Ein anderer Pfeil ist zum Beispiel, das war das, was ich vorher beschrieben habe, dieser Great, Great, Great Grandfather. Das heißt, ich führe das mal aus und dann zeige ich Ihnen, was hier passiert. Wir wollen uns praktisch anschauen, das ist von der Darstellung, so macht es Sinn. Wir wollen uns anschauen, wer ist denn sein eigener Groß, 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 Großvater? Ja, und hier sehen wir schon, hier können wir nämlich nicht, wir können beliebige Ketten von Beziehungen analysieren zwischen verschiedenen Knoten. Hier könnten noch einige Bedingungen noch drinstehen, die zeige ich nachher nochmal bei einem anderen Beispiel. Aber wir können hier sowas aufschlüsseln, dass es hier tatsächlich einen Kreis gibt von Menschen, die alle jeweils der Vater sind voneinander, was man so nativ jetzt nicht unbedingt sehen würde. Das ist so viel erstmal zu Dark. Wer sich für den Datensatz interessiert, kann mich gerne anschreiben oder nachher bei uns nachfragen. Der ist nicht geheim. Das kann sich natürlich jeder theoretisch auch selber ableiten. Dann kommen wir jetzt mal zu der großen Frage, warum erzähle ich das überhaupt? Im Hop-User-Meetup. Also eine Problematik bei Neo4j ist eben die, wir sehen es ja hier schon in dem Beispiel, es ist sehr aufwendig, es ist sehr aufwendig, solche Nodes zu definieren. Also wenn ich das von Hand mache, dann sieht das Ganze so aus. Das ist sehr, sehr schwer zu unterhalten. Und Hop bietet jetzt eben eine Lösung, wie wir Datenintegration machen können von relationalen Modellen auf Graph-Modelle. Und das ist eben ein ganz neues Feature, das es so auch in der Form noch nicht gibt. Und ich habe hier meine kleine Transformation vorbereitet, damit das ein bisschen mehr challenging ist und auch um zu zeigen, dass Hop noch ein bisschen mehr kann, als jetzt nur 25 Personen zu analysieren, habe ich hier einen Datensatz genommen, der sich um Filme dreht. Wir haben hier den Datensatz Movie Data und wir sehen hier die Felder, das ist eine CSV-Datei, kann natürlich auch eine Datenbank sein oder eine beliebige andere Datenquelle. Und was wir jetzt hier zum Beispiel, was wir für Metadaten zu diesem Film haben, also die Felder, die wir dort darüber haben, das sind die, ob dieser Film, was er für einen Titel hat, was er für eine Sprache hat, was für eine, der hat auch eine ID, dieser Film und was nachher eben noch wichtig wird, welche Firmen haben denn diesen Film produziert. Weil wir werden nachher die Daten von den Filmen mit den Daten der Produktionsfirmen joinen, um dann Beziehungen herzustellen und die in die Neo4j laden. Wir können mal eine kürze Preview machen von dem Datensatz. Das ist jetzt ein bisschen erschlagend wahrscheinlich, aber wir sehen hier eben gerade diese Sachen, die ich genannt habe. Wir haben den Titel Toy Story, Jumanji und so weiter. Wir haben die Sprache und wir haben eben diese einzigartige Film-ID. Hier in dem Bereich passiert ein bisschen Pre-Processing der Daten, um eben falsch formatierte Datensätze rauszufiltern. Und dann werden die Daten, die von hier oben fließen, mit den Daten der Companies gejoint. Schauen wir uns mal den Datensatz an. Im Prinzip geht es hier nur darum, dass eine ID, das ist ein Foreign Key, eben auf diese Movies. Und ich kann jetzt praktisch herleiten, welcher Film von welchen Firmen produziert wurde. Zum Beispiel der Film mit der ID 11860 wurde zum Beispiel von acht verschiedenen Firmen produziert. Diese Daten werden jetzt gejoint und werden hier praktisch zusammen gejoint in diesen Merge-Join. Und dann bekomme ich hier ein Output. Da kann ich mir auch eine Preview anzeigen lassen. Wenn ich mir zum Beispiel hier einen Quick-Join machen lasse. Und dann sehen wir, wir haben jetzt hier den Join. Jetzt gibt es nämlich öfters diese IDs und eben auch diese Produktionsfirma. In dem Fall hier bei der ID 2 sehen wir hier für den Film ID 2. Es sind jetzt zwei Produktionsfirmen eingetragen. Und wenn wir weiter hinten schauen, das ist eben immer ein, das ist jetzt ein Film. Also ein Film hat jetzt zum Beispiel ganz viele Zeilen durch diesen Join. Wir sehen hier Dance Center Dark zum Beispiel. Da haben sehr viele Firmen miteinander gearbeitet. und bei anderen Filmen waren es zum Beispiel nur zwei. Das ist jetzt immer noch klassisches Data Warehousing mit relationalen Daten. Was wir jetzt aber wollen, ist das Ganze in eine Neo4j zu bringen. Wir wollen das Ganze als Graph-Modell haben, um es eben deutlich einfacher analysieren zu können und Use Cases abzubilden, die eben mit relationalen Daten nur sehr schwer umzusetzen sind. Und das bietet eben Neo4j mit dem Neo4j Graph-Output. Was ist der Graph-Output? Ich habe es gerade in diesem Merge-Join-Preview gezeigt. Wir haben jetzt verschiedene Felder da drin. Und wenn ich in diesen Graph-Output reingehe, kann ich jetzt definieren, welche Felder sollen nachher in der Datenbank, in der Neo4j-Datenbank, wo auftauchen. Und zum Beispiel habe ich hier ein Feld, das heißt Original Title. Das soll nachher in einen Node kommen, also in einen Knoten. Und in dem Fall, der Knotentyp ist Movie. Und die Property heißt auch wieder Original Title. Das ist eben genau das, was wir vorher eben von Hand definiert haben. Sind diese Regeln jetzt praktisch komplett auf Metadatenebene definiert. Und ich muss nicht mehr jeden einzelnen Datensatz definieren, sondern ich definiere mir, welches relationale Feld wird nachher wo in die Datenbank geschrieben. Jetzt ist ja die Frage, woher kennt denn Hopp jetzt überhaupt diese Knotentypen, die ich da haben will? Weil ich kann die hier auch auswählen. Ich kann sagen, was für einen Knotentyp will ich haben? Oder ist das vielleicht eine Relationship? Also eine Beziehung zwischen Datensätzen? Und woher kommen die? Das kommt von einem sogenannten Graph-Model. In Hopp kann ich mir verschiedene Graph-Modelle definieren. Und wir können diese Graphs auch aus JSON importieren oder aus der Neo4j Solutions Workbench. Verschiedenste Möglichkeiten, um uns dieses Graph-Modell zu definieren. Und das Modell sieht nachher so aus, ich definiere einmal die Nodes, die ich haben will in meiner Datenbank. In dem Fall wären das die Movie-Nodes. Und ich sage auch, okay, das hier sind meine Felder und welche Datentypen haben diese Felder. Das Gleiche mache ich mit dem Feld Production Company. Da haben wir auch wieder einen Node, der daraus entsteht, der in dem Fall eben nur den Namen enthält. Neben den Nodes habe ich auch meine Relationships. Und damit Hopp weiß, wie die Relationships zu setzen sind, sage ich dem Modell praktisch, von welchem Quellknoten kommt denn das? Und zu welchem Zielknoten geht denn diese Beziehung? In dem Fall wäre das eben von den definierten Knoten Production Company und Movie. Und das Label dieser Beziehung ist eben produced und wir haben zum Beispiel in dem Fall, wann wurde das released und eben die ID des Films, um die es geht. Das Ganze kann ich mir dann auch als Graph anzeigen. In dem Fall ist das ein bisschen klein. Ich habe alles sehr groß gemacht. Aber man sieht schon, er hat jetzt aus diesen Metadaten, die ich ihm gegeben habe, hier auch schon ein Modell gebaut. Das kann natürlich beliebig komplex sein. Das ist in dem Fall sehr einfach gehalten. Wir werden nachher die ganzen Filme haben als Knoten. Wir werden alle Produce-Beziehungen sehen und wir werden auch alle Produktionsfirmen sehen mit jeweils einem Knoten. Das war es im Prinzip schon. Das war tatsächlich alles, was ich definieren muss, um Daten in eine Neo4j zu laden. Wir haben jetzt hier nicht alle Felder mit, abgenommen, der Übersichtlichkeit halber. Aber ich kann hier praktisch beliebig viele Felder noch hinzufügen, die eben in dem Step davor drin waren. Jetzt können wir das ausführen. Ganz normal. Und wir sehen schon, jetzt geht es hier unten los. In dem Fall, der Graph-Output wird hier mit drei Cores beschrieben. Ich kann in Haupt ganz einfach sagen, wie viele Kopien ich von einem Schritt laufen lasse. So kann ich eben dann skalieren, je nachdem, wie groß meine Maschine ist, kann ich Partitionierungen wählen. Ich kann in dem Fall die Anzahl der Kopien wählen. In dem Fall sind das drei. Die sehen wir auch hier unten. Wir haben dreimal diesen Neo4j Graph-Output. Die haben sich jetzt eben die Aufgaben aufgeteilt und haben zusammen die Daten in die Neo4j geladen. Schauen wir mal in die Neo4j rein. Sehen wir haben hier noch unsere Dark-Datenbank. Und jetzt schauen wir uns mal in die, gucken wir mal in die Neo4j-Datenbank rein. Wenn wir jetzt hier auf die Nodes gehen, dann sehen wir schon, hier ist was passiert. Hier haben wir jetzt 57.000 Knoten und 70.000 Beziehungen. Also schon eine ganz ordentliche Menge, die jetzt innerhalb von wenigen Sekunden hier reingeladen wurde. Und wir haben die Beziehungen produced. Wir haben die Knotentypen Movie und Production Company und eben auch alle Schlüssel, alle Eigenschaften, die wir vorher definiert haben. Das heißt, wir haben jetzt tatsächlich innerhalb von wenigen Minuten eine Datenintegrationsstrecke von relational zu Graph Databases gebaut. Und hier können wir natürlich mit rumspielen. Also ich kann jetzt hier auf einzelne Knoten klicken und die erweitern und mir verschiedene Details anschauen. Das sind so die klassischen Features, die ich eben habe. Aber vielleicht habe ich ja noch mal speziellere Fragen und die haben wir natürlich. Wir wollen jetzt zum Beispiel typische Beispiele, die in vielen Anwendungen wichtig sind, zum Beispiel Shortest Path. Also das ist so ein klassisches Graph Beispiel. Ich will gucken, was ist der kürzeste Pfad zwischen zwei Knoten? Ich kopiere das mal hier rein und wir sehen, wir haben ein Movie. Also ich will alle Movies haben, die den Titel Star Wars haben. Und der Ziel des Zielknoten ist eben dann in dem Fall der Film Ariel. Und mich würde jetzt interessieren, was ist denn der kürzeste Pfad in diesem Graph mit beliebigen Beziehungen in dem Fall bis maximal, also Stern bis 15, also beliebiger Distanz bis zu 15 Beziehungen entfernt, um von dem einen Knoten in den anderen zu kommen. Wenn ich das ausführe, dann bekomme ich direkt die Antwort. Ich könnte natürlich jetzt auch hier einen Account darauf machen, wie viele Verknüpfungen sind das tatsächlich und mir das ausgeben lassen. Ich sehe jetzt, okay, also für mich war es interessant. Also Ariel ist tatsächlich sehr weit weg von Star Wars. Das ist praktisch die Produktionsfirmen, die an diesen verschiedenen Filmen gearbeitet haben, haben nicht wirklich viel zusammengearbeitet, sondern sind in verschiedenen Bubbles unterwegs. Und hier kann ich wirklich solche Cluster erfassen. Das werden wir nachher nochmal im Detail sehen. Ich kann mir die ganzen Daten auch als JSON hier ausgeben lassen. Da habe ich dann die Möglichkeit, eben alle Daten, die gerade so visualisiert wurde, auch der Form zu sehen. Oder ich kann mir das Ganze als Text geben lassen. Das ist für dieses Beispiel jetzt nicht besonders repräsentativ. Aber ich habe alle Möglichkeiten. Schauen wir uns doch an. Wir können auch noch filtern nach, zum Beispiel nach verschiedenen Strings auf unseren Daten setzen. Wir haben jetzt hier so einen Film und der wurde eben von einer Firma produziert und mich interessiert natürlich ein cooler Film, Kill Bill. Und jetzt kann ich mir das anzeigen lassen und dann sehe ich gleich, ich sehe die Filme, die Kill Bill enthalten und ich sehe auch die Firmen, die Kill Bill produziert haben. Und zwar beide Teile. Und dann fällt mir auf, ja, okay, die Miramax und die Band Apart, das würde mich jetzt interessieren, ob die auch öfter zusammenarbeiten. Und solche Fragen kann ich eben auch stellen. Also welche, vielleicht ist es auch im Einzelhandel oder in anderen Bereichen interessant, was ist praktisch, welche Gruppen haben das Gleiche gemacht? Oder haben die gleiche Beziehung zu einem Produkt? Wer hat das aufgekauft? Und so weiter. Und in dem Fall gucken wir uns an, wie arbeiten die denn sonst noch zusammen, die zwei Produktionsfirmen? Das heißt, ich habe hier wieder eine Produktionsfirma, die einen Film produziert hat und eine zweite Produktionsfirma, die den gleichen Film produziert hat. Das sind eben diese, das ist diese erste Zeile, die zwei Produktionsfirmen, die den gleichen Film produziert haben. und die erste hat eben den Namen Miramax Films und die zweite hat den Namen Band Apart. Und das kann ich mir ausgeben lassen. Und wir sehen, die Quentin Tarantino Filme, die wurden zu einem guten Teil von diesen beiden Firmen gemeinsam produziert. Allerdings sind es nur die vier, die von beiden gemeinsam produziert werden. Miramax Films ist ein großes Unternehmen und ist ja auch die Frage, mit wem arbeiten die sonst noch zusammen und wie sehen denn erfolgreiche Filme dieser Firma aus zum Beispiel? Okay, das kann man sich ja auch angucken. Ich habe wieder zwei Firmen, die einen Film produziert haben und ich schaue mir an, die eine Firma ist wie der Miramax Films und mir ist jetzt erstmal die zweite Firma egal. Das heißt, ich kriege alle Partner, mit denen zusammengearbeitet wurde. Aber was mir jetzt wichtig ist, ich will sehen, dass die einen IMDb-Score, also eine Bewertung von größer sieben haben. Mich interessieren nur die guten Filme und dann schauen wir mal, mit wem Miramax gute Filme produziert hat. Wir haben einige gute Filme produziert und wenn wir das hier groß machen, dann sehen wir das auch nochmal deutlich besser. Wir sehen hier wieder Miramax im Zentrum und eben die Filme, die produziert wurden, die eine Bewertung, das sehen wir hier auch in den Daten, Vote Average ist eben Größe sieben das trifft bei allen zu und hier sehen wir auch die Partnerfirmen, mit denen zusammengearbeitet wurde und was ich hier besonders interessant finde, dass Miramax keinen Partner hat, mit dem es wirklich viel produziert. Also die allermeisten Filmen, die hier sonst angezeigt werden, die haben nur einmal mit denen zusammengearbeitet und diese Firma Band Apart, die mit ihnen drei verschiedene Filme produziert hat, drei verschiedene gute Filme produziert hat, das ist schon die mit den meisten Beziehungen. Das heißt, ich kann hier genau analysieren, okay, welche Beziehungen bestehen da zwischen den Firmen? Gibt es zum Beispiel Firmen, die sehr eng zusammenarbeiten? Das kann für verschiedene Geschäftsinteressen natürlich sehr sinnvoll sein, solche Fragen beantworten zu können. Wir sehen die meisten Firmen, die haben einmal ein Stück vom Kuchen bekommen und dann wohl nie wieder. So einfach konnten wir jetzt diese Daten analysieren. Ich kann mir gut vorstellen, dass diese Fragen, die ich gerade beantwortet habe, mit zwei CSV-Files etwas schwieriger zu beantworten wären und deshalb ist eben Apache Hopp da sehr hilfreich, weil so eine Transformation kann man in fünf Minuten bauen. Wenn die komplexer sind, klar, dann dauert es deutlich länger, aber dann kann ich eben das auch lösen und visualisieren. Dann gebe ich erst mal zurück an Stefan und gibt es noch Fragen zu diesem Thema. Ja, Lukas, erst mal vielen Dank. Genau, also auch hier noch der Appell, den der Lukas auch gerade gestartet hatte. Wenn Sie Fragen haben, dann gerne. Denn Herr Buraschewski hat das Beispiel anscheinend schon mal sehr gut gefallen. Ich hoffe mal, du hast nicht zu sehr gespoilert. Ich kenne die Serie nicht. Das ist eh zu komplex, oder vergiss mal die Hälfte wieder, wenn man es einmal gesehen hat. Ich kenne nur zurück in die Zukunft, dass das ein bisschen eindimensionaler ist. Ich habe auf jeden Fall noch eine Frage, die sich mir noch aufgedrängt hat, und zwar bei dem Aufbau dieses Modells oder dem Befüllen der Datenbank wird dann da auch automatisch einen Index aufgebaut für Performance. Das ist eine gute Frage. Das ist ja, also ich habe auch schon ich habe auch schon in größeren Neo4j-Projekten gearbeitet und da war das auch immer so ein Thema, wo baue ich jetzt meinen Index hin, wer aktualisiert die Indizes und so weiter. Und mit Hopp kann ich das sehr einfach setzen. Ich habe einmal hier das Häkchen Create Indices, also will ich einen Index haben in den Daten. und was ich auch noch habe in dem Modell, das ich gerade gezeigt habe, wir haben hier nicht nur die Eigenschaften, den Feldname und Felddatentyp, sondern wir können hier sagen, das ist ein Primary Key, das ist unique und das ist indiziert. Und so kann ich eben forcieren, dass diese Daten auch nur in der Form in der Datenbank landen. Das heißt, ich weiß nachher, wenn ich die Transformation ausgeführt habe, dieses Feld hier ist indiziert, das ist in jedem Knoten enthalten und das ist ein einzigartiger Primary Key auf diesen Knoten. Wenn wir uns das im Browser angucken, das ist der Neo4j-Browser, den ich vorher auch gezeigt habe. Wir machen das Ganze mal ein bisschen kleiner, wenn ich hier auf das Schema gehe. Du musst dein Bildschirm noch teilen. Oh! Ja, genau. Oh, das ist... Wir waren jetzt gerade schon in der Präsentation. Ich habe das wohl versehentlich beendet. Okay. Ich zeige es noch mal ganz kurz. Ich zeige es noch mal ganz kurz. Ist ja kein Problem. Genau. Also Indizes, genau das Gleiche, was ich gerade erzählt habe. Jetzt sieht man es hoffentlich. Ja. Sehr gut. Wir hatten ja vorher, ich hatte ja vorher diesen Transformationsschritt hier gezeigt und wir können hier ein Häkchen setzen, dass Indizes erstellt werden sollen. Einmal hier. Und wir können hier auch explizit pro Knoten, den ich anlege, genau definieren, was für Eigenschaften haben meine Felder und soll ein Index für dieses Feld angelegt werden. Das sind eben die Faktoren, die man hier direkt definieren kann. Und wir können, das sieht man auch hier bei den Production Company, da haben wir auch wieder den Namen, das ist Primary Key und das ist indiziert. Und um das kürze in der Datenbank zu zeigen, wenn ich hier, ja, ich habe es gerade schon ausgeführt, wenn ich hier das Schema angucke von meiner Datenbank, dann sehe ich genau das, was ich gerade im Hop definiert habe. Wir haben nämlich hier diese Constraints und zwar haben wir auf dem Knoten Movie haben wir einen Binary Tree Index, der eben unique ist und uns eben über die Property ID direkt rausfinden lässt, wo welcher Knoten ist, um dort die Daten zu finden. Und interessanterweise legt Neo4j auch direkt einen Index ab für alle anderen Nodes. Also es gibt einen, praktisch einen großen Lookup Index für alle Nodes und auch für alle Relationships. Deshalb ist das Ganze auch so performant. Wir sehen auch hier unten nochmal diese unique Bedingungen, die wir definiert haben in Hopp. Wir haben gesagt, Movie ID ist einzigartig im Knoten Movie und damit hat Hopp automatisch uns hier schon diese Eigenschaften definiert, ohne dass wir uns darum kümmern mussten. Das war es erstmal zu dieser Frage. Okay, prima, dankeschön. Es kam noch eine zusätzliche Frage. Herr Steffen Brang fragt, Hallo zusammen, mich würde interessieren, ob bei dem Neo4j Graph Output Step eine Cypher Query im Hintergrund erzeugt und ausgeführt wird oder ob eine spezielle Neo4j API angesprochen wird, um die Nodes und Relationen zu erzeugen. Und wie gut ist die Update-Funktionalität eines bestehenden Modells? Spricht nur Delta-Update möglich? Ja, ja, absolut, absolut. Also wir können erstmal uns die Frage stellen, also meines Wissens nach wird da auf jeden Fall Cypher im Hintergrund ausgeführt. Das kann ich aber momentan nicht hundertprozentig sicher sagen, aber ich gehe stark davon aus, dass hier Cypher ausgeführt wird. Das ist aber, denke ich, auch nochmal schnell nachzusehen. Zu der anderen Frage, Update-Funktionalität, das funktioniert sehr gut. Ich kann das auch, ich probiere das jetzt einfach mal und gucke, ob das on the fly funktioniert. Wenn ich zum Beispiel jetzt sage, ich will den Vote Average rausnehmen oder ich will ein, nehmen wir mal an, ich will ein neues Feld hinzufügen, zum Beispiel mich interessiert, belongs to collection und ich sage, das hier ist wieder, das kommt auch in den Node rein und das kommt eben in den Movie Node rein. Property ist wieder, das können wir hier rauskopieren, belongs to collection, dann mache ich praktisch das hier rein und der wird jetzt praktisch, wenn ich das ausführe, wird er nur eine Aktualisierung machen auf diesem Feld und machen wieder hier auch die belongs to collection, dann machen wir das mal als String und das kann natürlich sehr gut sein, dass das jetzt nicht funktioniert, weil ich das jetzt on the fly gemacht habe, aber ich glaube, das sollte funktionieren, es funktioniert und wir sehen schon, er hat jetzt hier verschiedene, verschiedene Einträge wieder aktualisiert und wenn wir jetzt gleich in die Datenbank schauen, dann sehen wir, dass sich ein Feld aktualisiert hat, die anderen eben nicht, beziehungsweise, dass die anderen sich nicht aktualisiert hat, das kann ich jetzt hier so sagen und das ist wirklich spannend, dass der weiß, welche Felder, welche Daten, Einträge und so weiter schon da sind und ich kann inkrementell Veränderungen machen und ich kann auch in den Daten Inhalte ändern, die dann auch einzeln geabsertet werden und wenn ich die Pipeline starte, macht der nicht jedes Mal die ganze Datenbank platz, sondern lädt mir eben immer nur die Änderung hier rein. Belongs to collection, da ist es, ja, also ich habe jetzt praktisch einfach ein Feld hier hinzugefügt und er hat das hier aktualisiert und da würde jetzt nicht im Hintergrund die ganze Datenbank platt gemacht. Genau. Okay, Steffen, ich hoffe, das war heute deine Frage, also auch schön zu lesen, dass dir die Beispiele gut gefallen. Dann noch eine zusätzliche Frage, Lukas, also ich meine, wie das bei den Datenbanken so ist, gibt es natürlich immer unterschiedliche Wege, Daten hier zu laden, also auch hier die Diskussion von vorhin, Script, Python Code versus Tool und so weiter und so fort. Also ich kann es auch noch mal deine Sicht der Dinge auf diesen Aspekt geben. Gerne. Ja. Gerne. Also ich war lange selber ein starker Gegner von allen Datenintegrationstools, weil ich halt doch recht fit bin im Programmieren und Python und so weiter, was es halt nicht alles gibt. und inzwischen habe ich festgestellt, dass Code sehr oft dazu neigt, sehr schlecht zu werden mit der Zeit und sehr schwer ist zu maintainen. Also das ist so das größte Risiko, wenn ich nicht ein super professionelles Entwicklungsteam habe, was man in der Regel nicht hat, wenn man nur Datenapplikationen baut, dann fehlt mir oft die Expertise, wirklich eine Software zu bauen, die in 20 Jahren noch einfach zu erhalten ist und zu verändern ist und dann werden eben oft Sachen gemacht, die sehr ungeschickt sind und gerade was Hopp eben auch bietet, diese Umgebungen, die Möglichkeit, das Ganze überall laufen zu lassen, die Testintegration und so weiter, das sind alles Konstrukte, die forcieren es praktisch, sauberer zu arbeiten. In Python kann ich theoretisch alles mit Hardcoded Strings eintragen und mich dann nach drei Monaten Projekt fragen, warum kann ich das nicht auf eine andere Umgebung deployen. In Hopp kann ich das Ganze sehr nativ machen und es forciert mich, es zwingt mich in einer Weise dazu, mich besser zu verhalten und Best Practices anzuwenden und das ist schon sehr, sehr wertvoll, weil diese Diskussion dann immer zu führen, was jetzt wie gut ist, ist sehr schwierig. Das ist so ein großer Take dafür. Es gibt andere Möglichkeiten, auch Datenintegration in Neo4j zu machen. Wer es sich zutraut und wer denkt, das ist die bessere Möglichkeit, kann das natürlich auch in verschiedenen Programmiersprachen machen, zum Beispiel in Python. Es gibt auch noch andere Tools, aber kein Tool, das mir jetzt direkt einfällt, das wirklich leichter oder weniger einfach zu benutzen ist und auch noch Open Source wie Apache Hopp. Deshalb haben wir es heute hier vorgestellt. Das war es dazu von mir. Okay. Dann nochmal vielen Dank, Lukas. Ich sehe keine weiteren Fragen. Also ich denke mal, Key Takeaway, wenn Sie sich für die Beziehungen in Ihren Daten interessieren, sind Hopp und Neo4j eine sehr, sehr gute Kombination, die auch jetzt weit über klassische Business Intelligence hinausgeht. Wenn Sie Dark verstehen wollen oder mal wissen wollen, was hat Bridget Jones mit Star Wars zu tun, dann sprechen Sie bitte den Lukas an. Der wird Ihnen das dann mit ein paar wenigen Klicks dann auch beantworten können. Ja, damit sind wir dann auch am Ende des heutigen Hopp User Meetups, was uns auch sehr wichtig ist bei jeder Veranstaltung und auch natürlich bei dieser ist Ihr Feedback. Die Kollegen werden jetzt gleich noch einen Link zu einer kleinen Umfrage, die schnell beantwortet ist, im Chat teilen. Bitte füllen Sie das aus, geben Sie uns Ihre Rückmeldung. Dann können wir das gerne aufnehmen, die Veranstaltung immer besser ausgestalten, sodass wir dann auch Ihre Interessen entsprechend besser oder gut treffen. Das ist also sehr, sehr wichtig für uns. Matt Carsters hatte auch eingangs erwähnt, dass wir ihm natürlich auch gerne helfen, wenn Sie jetzt Interesse an Hopp oder auch an Neo4j haben. Also wir bieten da diverse Beratungsleistungen an, um Ihnen in Ihren Projekten oder bei Ihren Anforderungen zu helfen. Konzeption, Implementierung, Support bis hin zu Trainings. Also wenn Sie da Bedarfe haben, nutzen Sie auch hier gerne die Möglichkeit, uns im Nachgang zu kontaktieren. Wir klären dann gerne, wie Ihre Anforderungen umgesetzt werden können oder wie gegebenenfalls auch Know-how auf Ihrer Seite in den gezeigten Themen aufgebaut werden kann. Und zu guter Letzt dann auch noch mal der Hinweis, den ich auch schon zu Beginn der Veranstaltung gebracht hatte. Also die Aufzeichnung und die Präsentation teilen wir natürlich dann auch sehr gerne in den nächsten Tagen mit Ihnen. Ja, dann bleibt mir nur am Ende zu sagen, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihre Teilnahme, vielen Dank an alle Referenten für die spannenden Vorträge und wir freuen uns, Sie dann auch beim nächsten User Meetup für Hopp begrüßen zu dürfen. Schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020